Hallo und Willkommen zurück zu Dungeon Keeper, Keeper, Keeper. Wir sehen uns mal wieder einer Horne von Gegnern gegenüber. Genau, Guderoth war gegenüber und müssen diese jetzt leider platt machen. Also wir brauchen jetzt zwei Gold, Gold, Gold und Gold. Mehr Gold als wir je tragen können. Ich lasse einfach mal jetzt die Typen so auf mich zukommen. Stück für Stück. So. So. So, jetzt hoffe ich, dass ich das irgendwie überlebe. Er. Ohh... Ich lasse mich konzentrieren. Ahm... Ich würde sie ganz gerne mal irgendwie in... Endless verwandeln. andeision verwandeln. In Mienchen verwandeln. Ihr Minions gewinnen in der Kampf. Ihr Kreaturen attacken das Gegner. Ihr Kreaturen unter attacken. Ihr Minions gewinnen in der Kampf. Ihr Kreaturen fallen in der Kampf. Ach, scheiße. Da kommt jetzt noch der andere Rest dazu. Ihr Minions gewinnen. Das ist jetzt ungünstig. Ähm, was treibt ihr eigentlich hier? Oh, da kommt noch mehr. Äh, ich bin grad so ein bisschen, ein bisschen down, glaub ich. Ich weiß nicht genau, was ich noch machen soll. Ich bin pleite und der Gegner will mal wieder nicht abrufen. Sag, was jetzt? Habe ich nicht. Äh, natürlich habe ich. Oh, das ist mit der Bibliothek. Das ist auch so. Komm. Ich bin grad noch. You can go. You can go. Ja, das ist mit dem Blitz. You're creatures are under attack. Your creatures are falling in battle. You're creatures are falling in battle. um die beiseite egal was tötet sie macht irgendwas in der richtung so meine im auch das mit der bibliothek ist auch so Das war... nicht so gut überlegt. Wie sind wir alle da hingekommen? Ein bisschen ungewöhnlich wie die da ist, aber... Teil sind... Wo ist kommt? Ihr schafft das! Ihr schafft das! Ist das für irgendwelche Features? Natürlich nicht. Ihr schafft den! Okay, der ist down! Er ist down! Ähm... Äh, ja... Minions... Äh, Imps... Ich brauche Imps, ein paar Imps... Ja, ich weiß... Ich brauche jetzt ein paar Leichen, dann kann ich ein paar... Zombies wollte ich gerade sagen... Äh, ein paar... Äh, ein paar... äh... Ich brauche jetzt... Es wäre schön, wenn es jetzt heißen würde... Zombies ausgestiegen... äh, aus... Naja, ihr wisst was ich meine... Aus dem Grab er... aufgest... Erstanden... Ach, was ich weiß nicht was ich sagen... Ist ja auch egal... Ob es auch ein Zombies sein würde... Ähm... Was ist das denn für ne komische Kammer? So... Bei so einem vollen Friedhof... Ach, Heilung ist endlich wieder da... Sehr schön... Äh, das hier... Verkauft! Niemals die Bücherei! Niemals! Bücher sind wichtig! Zum Glück der ist... Geht jetzt irgendwie schneller... Scheiße... Äh... Deine Kreaturen fallen in der Kampf! Dein Grab ist nicht groß genug! Ja, das weiß ich schon... Wo kommen die denn jetzt schon wieder her? Äh... Ein neues Spell wurde recherchiert... Deine Bibliothek ist zu klein... Hä... Vorher hat es doch auch gepasst... Warten wir mit euch! Deine Kreaturen sind unter Attacken! Ja... Alle zusammen ist das schon besser... Also... Na ja, ne... Einzelne... Das ist echt das gute... Äh... Was waren die zwei Imp's denn hier? Ja... Minions are winning a battle! Ausgetrickst... Wir sollten Gold... Ab... Sammeln... Hä? Ah... Die Sammeln... Die Reichen wieder irgendwo ein... Ja... So lange die Einzelnen kommen... Ich denke mal... Das ist alles gut... Ja... Alles Gutes... Übertrieben... Aber... Was ist denn mit dir da... Hälfte oben gefällig... Lass... Lass den Typen... Lass den Typen endlich los... 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 Wer researcht denn da noch? Ja, ich weiß, ich weiß. Deine Minions gewinnen eine Krieg. Deine Minions gewinnen eine Krieg. Wer weiß, was jetzt? Du Buss! Deine Gold-Reserves sind hoch. Du hast nicht genug Gold. So. Wo wollt ihr eigentlich hin? Habt ihr gesoffen? Wenn ihr wollt Gold holen oder was? Ahhhh. Ahhhh. Ohhhh. Ein Trapp hat geöffnet. Deine Gold-Reserves sind hoch. So. Du kannst nicht auf die Kreaturen trainieren. Doch. Kann ich. So. Ganz einfach. So. So. Das schmeiß ich jetzt einfach hier ab. Puh. Wartet mal. Wir speichern uns mal den Fortschritt. Immerhin leben wir noch. Das ist ja schon mal viel wert. Das ist ja schon mal viel wert. Oh ne. Jetzt geht das los. Oh ne. Schweig. Hab ich da schon ein Bett gebaut? Ne. Hat er ja noch nicht. Alles so ne kacke. Wir müssen gegeneinander kämpfen. Ich versteh das nicht. Das sind ja schließlich alles meine Monster. So. Das reicht aus. So. Ich weiß nicht genau was ich mit denen hier mache. So. Need more gold. Alles so ne kacke. So. So. Was ich noch bräuchte wäre das da. Das wär super. So. Es gibt wahrscheinlich noch mehr Viecher als die ganze. Wider wollen. Wider wollen. Wo willst du denn hin? 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 Ich glaube ihr wollt Gold wegbringen. Ansonsten hau ich euch. Weißt du was? Lass dich mal unterstützen. Ja. Wird's denn noch. Wird's denn gehen? So. Die Tür war noch nicht kaputt. Das war nicht so. Ah. Okay. der einen aus Schön trainieren. Leute, wollen die mich verarschen? Are you kidding me? Einfach so eine riesen Truppe an Viechers, die einfach mal so spawnt, einfach mal so, BOOM, wir sind da. Erstens, holst du her? Und zweitens, was machst du da? Warte mal, warte mal, warte mal! Ist das hier mal ein Forksmonster? Let's go! Nicht fallen! Ich mach jeden einzelnen! Ich mach jeden einzelnen! Ich mach jeden einzelnen! Ich mach jeden einzelnen! Ja ich geh mit dir das anсьộc, ichử jetzt. Ich uf in dich險! Ja du hab, neugier ist? Mensch, gewiß буду! Ichρώ wieder. was macht ihr habt ihr getrunken Alter, ein Heep war der Daol Ich bin aber so dran glaube ich gerade das heißt ich darf noch mal neu laden haben wir die schuhe nicht überall rum die schuhe nicht die schuhe nicht die schuhe nicht Sie sind gegen den Krieg. Ihre Kreaturen sind in der Krieg. Sie müssen genug Geld haben. Ihre Kreaturen sind unterteilt. Der zweite. Ich hatte noch mehr davon. Der ruht sich aus, die Sau. Oh. 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 direkt super ja ändert sich gleich aber die sache ist noch ein paar mehr von diesen angriffen und das war es endgültig ja sagen das war es endgültig ich glaube das muss ich noch mal neu nix bringt gar nix das ist auch schon wieder überstunden hier ich werde mal neu laden und dann probieren das ganze normal